Hallo zusammen, es ist wieder Mittwoch. Wir haben den 16. März, es ist 17.38 Uhr, DAX auf Xetra-Basis ist zu. Vor euch liegt der Tagesschart, eine Kerze, ein Tag. Bei 14.356, da sind wir irgendwo hier, haben wir 50% von dieser Bewegung hier komplett wieder zurückgeholt. Bei 14.356 sind wir ziemlich genau hier, haben die Linie auch ein bisschen überschossen. Ich habe jetzt heute mal keine FIBUS angelegt, dafür habe ich fleißig geschrieben. Jetzt kam heute Nachmittag die Nachricht, dass ein 15-Punkte-Plan wohl nicht nur in Angriff genommen wurde, sondern dass der mehr oder weniger abgearbeitet wird, inklusive Neutralität und und und. Das ist eine super Nachricht, daraufhin ist natürlich auch der DAX dann ein bisschen deutlicher wieder nochmal gestiegen. Das muss auch gewesen sein um 15 Uhr, ich habe jetzt, gucke jetzt hier nicht auf die Uhrzeit. Und so brutal das klingen mag, das findet der DAX kurzfristig gut, aber dann geht er relativ schnell die Tagesordnung über und sagt er sich, okay, da ist ein Frieden in Sicht, wenn dieser Frieden wirklich unterzeichnet werden sollte und ich hoffe, dem wird so sein, dann steigt er nicht mehr viel. Ich glaube fast, dass hier in den letzten 500, 600 Punkten ein Frieden, der hoffentlich möglichst bald kommt, bereits eingepreist ist. Das ist meine Erfahrung mit der Börse. Ich habe zwei Punkte, die mir ins Auge stechen. Das eine ist das Gap hier vom 23.02., das liegt hier, 14.631. Und der zweite, das ist der Deckel, den kennt ihr, da haben wir ganz lange mit rumgemacht, hier seit, wann war denn das? Das war im März 2021, das ist diese Linie hier, 14.815, ewig lang umkämpft. Auch wenn ich mir sehr wünsche, dass da Frieden hoffentlich bald ins Land zieht, ich gebe dem kurzfristig nicht viel mehr als diesen Punkt hier, diese 14.815. Wir gelten von der Technik her hier noch als positiv über den Trennfolger, wir sind auch noch positiv über den Oszillator, der gilt zwar als hoch, aber das ist nirgendwo ein Verkaufssignal, nichts dergleichen. Aber ich glaube einfach nicht, dass der nach dieser Bewegung hier, und das sind 2.100 Punkte, noch so viel Treifert, um hier oben irgendwie draus zu gehen. Das sehe ich nicht. Aber ich kann mich irren. Mal auf 4 Stunden geschaut. Hier sind wieder die Anzeichen von wegen Deckel, also die 14.815 und hier ist die 14.613. Das sind heftige Bewegungen, es ist ein absolutes Eldorado für Daytrader. Es war auch manche Bewegungen echt offensichtlich, wie zum Beispiel sowas wie Bayer oder auch Lufthansa, dass die dann auch mal wieder ansteigen sollten. Im Gegenzug dazu gibt es dann auch so Werte wie HelloFresh, Delivery Hero oder Sartorius, die also gestern, gerade gestern, heftigst nochmal verprügelt wurden und heute dann abziehen, wie Luzi, so eine HelloFresh mit 12% oder Delivery Hero mit 9,5%. Ja, das ist Börse live. Das sind halt so Nebenwerte, die nicht wirklich im Zentrum des Interesses stehen, wie jetzt, weiß ich, eine Daimler oder Allianz oder sowas. Und die machen solche Bewegungen. Muss man schon ziemlich aufpassen. Wie dem auch sei, also die Bewegung hier, die wir jetzt schon haben, ist schon recht heftig. Und wie gesagt, bei 14.356 die 50% Korrektur vom Alltime High hier runter. Auf 4-Stunden-Sicht sind wir zwar noch positiv über die traditionelle Sichtweise, aber hier wird es schon wieder, das stoppt hier. Und auch hier ist die Stochastik deutlich im überkauften Bereich. Auch das bestätigt mich zu der Annahme, dass wir eine 14.631 beziehungsweise eine 14.815 sehen können. Aber dann sollte schon wieder Ende Gelände sein und der dann wieder nochmal ein bisschen Luft holt. Und dieses Luft holen, das nehme ich hier so im Bereich 14.000 nochmal an. Also noch ist nichts Negatives, aber gucken wir mal auf die Stunde, da wird es nämlich schon leicht negativ. Und zwar hier über den Oszillator. Das ist ein noch nicht wirklich schönes Verkaufssignal. Das kommt erst um 19 Uhr. Wenn es um 19 Uhr weiter runter ist, dann kommt das, aber es ist noch nicht so weit. Hier wird es auch schon wieder weicher über das MACD. Also ich muss davon ausgehen, dass wenn eine gute Nachricht nochmal, eine weitere gute Nachricht kommt, dass wir hier dran vielleicht sogar an die 815 gehen können. Aber dann ist es, wie gesagt, Ende Gelände. Ich glaube, wir müssen jetzt erst nochmal ein bisschen Luft holen, wenigstens bis zu 14.000. Und das Gap hier, das muss er sich nochmal abholen. Ich habe ziemlich heiße Scheine. Ich fange mal mit dem Put an. Das ist eine 15.098. Ich gehe nochmal hier auf den Tageschart, dann sieht man das besser. 15.098. Wo ist jetzt hier die Liste? 15.098. Das ist nicht weit weg. Das ist die GK0XPY. Das ist ein 21er Hebel. Liegt also hinter der 15.000. Sowas kommt auf die Watchlist und wird dann hier bei 14.631 bzw. 14.815 mal ganz genau hingeschaut, wie sich dann der Markt verhält. Der Call ist 13.785. Ich habe eben von der 14.000 gesprochen. Wovon ich ausgehe, dass wir das nochmal sehen. Das wird nochmal hier ein bisschen Luft holen. Der ist eigentlich nicht weit weg. Im Moment ein 21er Hebel, aber der ist dann deutlich, deutlich höher. Das ist die GK25XW. Also, ich möchte es nochmal wiederholen. So sehr ich mir wünsche, dass da drüben Frieden kommt und die Leute auch in Ruhe gelassen werden und es keine Toten mehr gibt, wenn so ein 15-Punkte-Plan geeinigt wurde, kann ich mir vorstellen, geht der nochmal hoch. Allerdings nochmals, die Börse ist brutal. Ich glaube, da ist schon ganz viel eingepreist jetzt hier. Und dann glaube ich, ist das eher so dieses klassische Sell the News. Wir werden es sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Am Freitag mache ich den Film, also ich weiß nicht, ob ich ihn hinkriege abends um 19 Uhr, weil ich bin ja noch weg. Das kann eher 20, 21 Uhr werden. Und da sage ich auch was zu zwei Seminaren, die ich plane oder schon geplant habe. Das seht ihr aber auch beim YouTube, bei diesem Thumb-Mail unten drunter ist da nochmal ein Link bei mir auf die Homepage. Könnt euch jetzt schon mal informieren. Aber da sage ich was am Freitag zu. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Auf denne. Bye, bye.